Manfred Kress ist ein ehemaliger deutscher Fußballspieler, der in den Jahren 1955 bis 1963 in den Oberligen Süd- und West 96 Spiele mit 17 Toren bestritten hat. Laufbahn Der 18-jährige Amateur Manfred Kress debütierte am vierten Spieltag der Oberliga-Westrunde 1.955, 56. am 11. September 1955. Beim Auswärtsspiel von Schwarz-Weiß-Essen bei Bayern 04 Leverkusen in der Liga-Elf vom Uhlenkrog. Trainer Karl Winkler vertraute dem Talent im ETB-Angriff die linke Verbinderposition an und wurde mit einem 2-1-Auswärts-Sieg und dem Treffer des Liga-Neulings in der 27. Spielminute zur 2-0-Führung belohnt. An der Seite der Leistungsträger Edmund Kaspersky und Hubert Schied absolvierte der Techniker am linken Flügel 20 Spiele mit 5 Toren. Obwohl mit Theo Klöckner und Heinz Steinmann in der Saison 1956-57. sich zwei weitere Talente in der ETB-Stammelf etablieren konnten, stieg SW-Essen im Sommer 1957 als 15. aus der Oberliga-West ab. 1860 München hatte in der Saison 1956-57. den Aufstieg in die Oberliga-Süd bewerkstelligt und Trainer Hans Hipp setzte 1957-58. Manfred Kress in 12. Oberliga-Spielen in der Südstaffel ein und führte den Aufsteiger um die Leistungsträger Johann Auanhammer, Rudolf Kölbel und Alfons Stämmer auf den 6. Tabellenplatz. Kress wechselte nach einer Runde im Süden zurück in den Westen und schloss sich dem Team von Trainer Kuno Klötzer, Preußen Münster, zur Runde 1958-59 an. Lediglich in den zwei Spieljahren 1959-60 und 1960-61 gehörte er mit ein und 20 bzw. 20 Einsätzen der Kernmannschaft der Preußen an. Im Abschlussjahr der Oberliga-West 1962-63 setzte ihn Trainer Richard Schneider nur am 27. und am 28. Spieltag gegen SW-Essen und Borussia Dortmund ein. Durch das Erreichen des vierten Tabellenranges wurde Preußen Münster für die Fußball-Bundesliga ab der Saison 1963-64 nominiert. Manfred Kress beendete im Sommer 1963 nach 47 Einsätzen und neun Toren für Münster seine Laufbahn im Vertragsfußball. Der 19-jährige Spieler von SW-Essen, Manfred Kress, debütierte am 19. Mai 1956 beim Länderspiel in Freiburg gegen Frankreich in der deutschen Fußball-Nationalmannschaft der Amateure. Kress steuerte zum 3-zu-3 unentschieden ein Tor für das DFB-Team bei. Zwei Tage später, am 21. Mai, kam er auch beim 4-zu-1-Erfolg in München gegen Schottland zum Einsatz und auch hier gelang dem Talent aus Essen ein Treffer. Für das Olympia-Aufgebot der Olympischen Spiele 1956 in Melbourne wurde Kress aber nicht nominiert. Am Ende der Runde 1956 57. am 15. Mai 1957 kam er an der Seite von Matthias Mauritz, Rolf Geiger, Ernst Günther Habig und Heinz Hornig zu seinem dritten Einsatz in der DFB-Amateure-Nationalmannschaft. In Gelsenkirchen erkämpfte sich das Team ein 1-zu-1-Unentschieden gegen Schottland. Am Ende seiner Runde bei 1860 München kam er am 7. Mai 1958 zu seinem vierten Länderspiel. In Gelsenkirchen kam die Amateure-Nationalmannschaft zu einem 5-zu-1-Erfolg gegen Curaçao. Die späteren Bundesligaspieler Peter Großer und Klaus Matiszczak stürmten dabei an der Seite von Manfred Kress.